Ja, man mag schon noch Spielfazit von meiner Seite aus, wir haben im Spiel schon viel gesagt, ja, es war halt so, es war halt so ein Abend in München, ne, es war halt so ein Abend in München, der dir mal hier und da passiert, der uns auch schon oft passiert ist, der uns eigentlich jedes Jahr passiert, bis auf ein, zwei Unschieden mal hier und da, letztes Jahr uns das genauso passiert, 3-0 verloren, hatte das Gefühl, weil letztes Jahr auch in München, vielleicht deswegen so ein bisschen das Gefühl, weil ich auch vor Ort war, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass wir noch chancenloser waren in München beim 3-0, diesmal war es ein 4-0, eines Tages schlägt halt die individuelle Klasse, die Bayern immer noch doppelt und dreifach haben im Vergleich zu uns, immer noch der Liga größer sind, immer noch in jedes Spiel in dieser Liga als Favorit reingehen, da müssen wir uns auch nichts vorlügen, ähm, zu gut, zu hoch, schönes Tor von Kane, den er da reinnetzt, das war auch nichts rausgespieltes und einfach eiskalt aus der Entfernung, danach hält Nübel ein, zwei Dinger stark, deswegen sehe ich da jetzt auch keinen Torwartfehler beim 1-0 von Nübel, irgendwas in der Form, danach hält er ein paar Dinger stark, gleicht sich wieder aus, selbst wenn man ihm irgendwie einen Torwartfehler anrechnen möchte, was ich jetzt gar nicht tue, das 2-0 fällt ihm irgendwie vor die Füße, wir kriegen es nicht rausgestochert, drin, Kane, das 3-te fällt ihm noch besser vor die Füße, Schuss abgeprallt und das Ding fällt ihm vom, ja, eigentlich Rettungsaktionen, fällt ihm vor die Füße, 4-5 Meter vom Tor, wieder drin, abgestaubt, 3-0, irgendwo war Abseits eigentlich, aber scheinbar gibt es irgendeine Begrenzung an Spielzügen, Begrenzung an Minuten, die vergehen dürfen, damit es nicht mehr strafbar ist, das Abseits, keine Ahnung, ist auch völlig wurscht, wir haben es hochverdient verloren, verdient verloren das Ding, trotzdem stellt sich mir ein bisschen die Frage, wo ziehen wir da die Grenze, warum wird das Abseits nicht abbekannt, warum gucken wir, zumindest aus meinem Gedächtnis, so habe ich das noch im Kopf, warum gucken wir vor ein, zwei, drei Spieltagen teilweise auf Elfmeter-Szenen drauf, oder guckt der VAR auf Elfmeter-Szenen drauf, in anderen Partien, nicht von VfW, aber in anderen Partien, die teilweise 4, 5 Minuten her waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, und sowas wird dann nicht mehr zurückgenommen, weil es zu lange her war, verstehe ich nicht, wie gesagt, ist egal, 3-0, am Ende setzt dann Kommand noch einen drauf zum 4-0, am Ende auch kackegal, ob 3-0, 4-0, 2-0, denken 2-0 wäre okay gewesen, 3 und 4 ist mit dem Tacken zu hoch, aber ja, das ist individuelle Klasse, und es ist eben so ein Abend in München, Traumtor, oder was heißt Traumtor, individuelle Klasse, keine Ahnung, das Ding rein, passiert auch nicht jede Woche, passiert auch nicht immer gegen uns, und dann halt zweimal fällt ihm das Ding, drei, vier Meter vor die Latschen und staubten ab, in, was weiß ich, Luca Toni-Manier, oder wie auch immer, in Top-Show-Manier, wo er stehen muss, und so kriegst du halt hier auf einmal drei oder vier, wir waren lange gut dabei, wir hatten quasi keine richtig guten Chancen, Wagemann haut das eine Ding drüber, sonst gab es keine richtig klaren Chancen, aber auch die Bayern hatten jetzt ja hier keine, die haben ja nicht aus 1500-prozentigen hier vier Tore gemacht, die hatten ein paar gute Aktionen, mal einen Ball, wo ein halber Meter gefehlt hat, wo ein Cain am Tor vorbeirutscht, irgendwie sowas, und sonst halt alles gemacht, was irgendwie vor den Fuß gefallen ist, individuell stark, am Ende hoch verdient, oder verdient, dass wir es verloren haben, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir uns jetzt hier von den Bayern her spielen lassen, oder die hätten uns, keine Ahnung, sonst wie dominiert oder whatever, klar, die waren besser, das müssen sie auch sein, von der Ausgangslage her, in einem Heimschuh gegen uns, die waren besser, die waren überlegen, waren dominant, alles fair, was ich nur rüberbringen will, sie hat jetzt nicht aus zehn Riesenchancen vier Tore gemacht, sondern halt wirklich auch da ein, zwei Dinger gehabt, ein, zwei Kacktore gehabt, oder zwei Kacktore gehabt, dazu individuelle Klasse, bei uns war es offensiv Grad zu wenig, Bayern haben es schön eingeschnürt, wieder alles verdient und so, aber jetzt kein Grund für mich hier irgendwie die Peitsche zu holen, oder mit dem Hammer drauf zu hauen, sehe ich nicht, fühle ich nicht, mache ich nicht, geht weiter am Dienstag, Juventus auswärts, ist geil, habe ich Bock drauf, und auch deshalb, vorhin gesagt, habe ich im Stream hier geschwind, sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil genau das ist es, was sie danach dann besprochen haben, oder besprochen haben, falsch, was sie angeklungen haben, angesungen haben aus dem VfB-Auswärtsblock, der auch oftmals gut zu hören war, als ein guter Auswärtssupport, für das, was auf dem Platz lief, vor allem für das, kam recht schnell nach dem 4 zu 0, irgendwann, nach all der Scheiße geht es auf die Reise Stuttgart international, und genau das ist das Fazit, was zu ziehen ist, genau das, weil das ist so viel größer, als die nächste Packung in München, haben wir schon tausendmal bekommen, werden sie auch noch tausendmal machen, das ist kein Duell auf Augenhöhe, ist es nicht, letztes Jahr Vizemeister, war der absolute Vollwahnsinn, die Bayern überholt, war auch alles schön, aber an sich, in einer normalen Saison, ist das nicht auf Augenhöhe, fertig, aus, die Bayern sind gegen jedes Team favorisiert, sollten durch diese Liga gefühlt durchlaufen, 34 Siegen, mal ganz übertrieben gesagt, für die ist Champions League die Herausforderung, sagen wir es doch mal ganz ehrlich, deswegen fand ich das richtig schön die Reaktion, nach all der Scheiße ist auf die Reise, Stuttgart international, weil das ist das, darum geht es, das ist so viel größer, als ein geschissenes 4 zu 0 in München, mit zwei Kack-Gegentoren davon, zwei Mülltoren, wir machen weiter, Dienstag Juve, wir hocken mal wieder hier, gucken wir zusammen den Stream an, ich habe absolut Bock drauf, danach eine geile Phase, Kiel, Lauter und Pokal, Freundschafts-Duell, dann kommen die Top-Spiele, Leverkusen, wo ich auch vor Ort bin, tatsächlich mal in Leverkusen, über normalen Verkauf, über Bewerbungsverfahren kriege ich ja keine Karten, aber normaler Verkauf, zack, Karten für Leverkusen, dann hast du noch Atalanta, dann hast du noch, Belgrad kommt noch irgendwann, Frankfurt, ich habe das Gefühl, ich vergesse noch irgendwas, es werden geile Wochen, deswegen macht uns nicht von so einem Kack 4 zu 0 in München, was wir schon 400 Mal gesehen haben, lasst uns davon nicht ankacken, nicht auf die Mannschaft treten, kein Bock da drauf, macht keinen Sinn, deswegen lasst uns damit abhaken, es ist halt so ein Abend in München gewesen, den wir schon 100 Mal gesehen haben, 100 Mal noch sehen werden, wir haben Dinge zu feiern, Wochen zu feiern, Spiele zu feiern, unsere Spiele zu freuen, die größer sind als so ein Schissens 4 zu 0 in München, deswegen Mund abwischen, weitermachen.